Willkommen! In diesem kurzen Trailer will ich alte und neue Benutzer zeigen, wie man am besten die Übersicht auf meinem Kanal behält, beziehungsweise wie man es am besten nutzen kann. Da der Upload-Bereich ein bisschen chaotisch ist, orientiert ihr euch am besten an die Playlists. Ihr findet hier Playlists für alle Schularten von allgemeinbildenden Gymnasien mit Leistungs- und Basisfächer bis zu beruflichen Gymnasien, Fachhochschulreife sowie mittlerweile relativ viele Tutorials für Themen aus dem Grundstudium. Und, sehr wichtig, die Playlists sind entsprechend üblichen Lehrbücher geordnet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf Leistungsfach Mathematik geht, dann findet ihr in der richtigen Reihenfolge, so wie in den Lehrbüchern, alle Videos, die ich bis jetzt zum Thema Analysis zusammengefasst habe. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ich werde mich bemühen, wöchentlich neue Inhalte hochzuladen und ihr könnt auch gerne Themen vorschlagen. So wie es mir die Zeit erlaubt, werde ich sie natürlich bearbeiten. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass euch die Videos helfen, ein Like, ein netter Kommentar oder ein Abo kosten nichts. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch diese Mathematik-Tutorials weiterhelfen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das Gefühl habt, dass euch das Gefühl habt, äh, dann geht es euch weiter. Ja, dannuenten wir das Gefühl habt, dass euch das Gefühl habt, ja, dann könnt euch das Gefühl habt.